Dimitri, hallo. Guten Tag. Wie es Tradition ist, muss ich Sie fragen. Das Gespräch wird aufgezeichnet und veröffentlicht. Sehen Sie, ich kann dafür bestraft werden. Ihnen wird nichts passieren, niemand wurde jemals bestraft. Du wirst es schaffen. Okay, aber einige Ihrer Fragen muss ich nicht beantworten. Ich bin daran interessiert, von Ihnen zu hören. Können Sie sich bitte vorstellen? Stellen Sie sich bitte vor. Mein Name ist Pyotr Ryabcev. Pyotr Ryabcev. Wann wurden Sie gehandelt? Ich werde es Ihnen jetzt sagen. Oktober. Oktober. Wurden Sie im Oktober ausgetauscht? Können Sie mir sagen, worum Sie mich gebeten haben? Ich wollte Sie um Hilfe bitten, damit Sie mir irgendwie helfen können, Geld in die Ukraine zu überweisen, als Dankeschön für Frau Oksana, die als Ärztin in der Ukraine arbeitet. Sie hilft unseren Jungs, den Soldaten der russischen Armee, die in ukrainischer Gefangenschaft sind, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, gleichzeitig haben Sie versprochen, etwas Interessantes zu sagen, was Sie in dem Interview nicht gesagt haben. Das ist wahr. Ich habe nicht mein ganzes Leben lang als Drucker gearbeitet. Ich weiß das. Was ich Ihnen nicht erzählt habe, ist, dass ich früher im Innenministerium gearbeitet habe. Ich weiß das. Sie haben für die EFZIN gearbeitet, nicht wahr? Im Bundesstrafvollzugsdienst. Nein. Nein? Wo? Noch cooler. Ich habe dort gearbeitet, wo die Zahl der russischen Obersten und Generäle unübertroffen ist. Was hast du dort gemacht? Haben Sie irgendein Objekt bewacht? Nein, so ist es nicht. Es ist ganz einfach. Früher fuhr ich mit einem Lebensmittelwagen vom Lagerhaus zu dieser Organisation. Alles ist ernst. Ich habe noch eine andere Frage an Sie, mich interessiert, ob sich Ihre Gedanken und Ansichten über die Dinge verändert haben, vor dem Krieg, während des Krieges, während der Gefangenschaft und nach der Gefangenschaft? Dimitri, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Ich denke, dass sich die Präsidenten unserer Länder wirklich an den Verhandlungstisch setzen müssen. Je früher, desto besser, denn zunächst einmal gibt es große militärische Verluste auf Ihrer Seite und große Verluste auf unserer Seite. Sie und wir brauchen das nicht. Die Schlüsselfrage ist, unter welchen Bedingungen? Wir haben eine Bedingung und die hat sich nicht geändert. Ich verstehe. Sich zusammenzusetzen, um zu verhandeln, ist ein guter Anfang. Es ist schwer, sich mit Terroristen an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie sind ein Zeuge des Krieges. Das sollten Sie nicht sagen. Warten Sie, lassen Sie mich etwas sagen. Bringen wir es gleich auf den Punkt. Bitte sagen Sie mir, wer bombardiert zivile Städte und Infrastrukturen? Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Peter, entweder wir sprechen offen und ehrlich, oder wir lassen es bleiben. Denn ich weiß, dass Sie wissen, wer schießt. Ich weiß, dass Sie diese Explosionen gehört haben. Haben Sie selbst Raketenexplosionen in den Städten der Ukraine gehört? Ich habe die Explosionen gehört. Als ich im Krasniliman war, haben Ihre Artilleristen die Infrastruktur sehr gut beschossen. Ich spreche davon, strategische Raketen abzufeuern. Wie zum Beispiel X-47 M2 Dolch oder Kaliber S-300. Ich spreche von Artillerie und Raketenangriffen auf zivile Städte, die nicht an der Frontlinie liegen. Ja, ich habe verstanden. In den Nachrichten wird immer wieder von der Zerstörung von Munitionsdepots und anderen Einrichtungen gesprochen. Auch die Zerstörung militärischer Ausrüstung, die sich in unmittelbarer Nähe von nicht-militärischen Einrichtungen und Wohngebieten befindet. Unsere scheinen zu sagen, dass die Artillerie punktgenau feuert und das alles getan wird, damit die ukrainische Zivilbevölkerung nicht zu Schaden kommt. Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung ist minimal. Waren Sie schon einmal im Internet? Sagen wir, irgendwo? Welche Art von Nachrichten sehen Sie gerade? Ich sehe jetzt hauptsächlich fern. Ich schalte den Fernseher ein und höre im Hintergrund die Nachrichten. Welcher Sender läuft gerade auf Ihrem Fernseher? Ich kann jetzt den Kanal wechseln. Ich weiß nicht, auf welchem Kanal die Nachrichten jetzt laufen. Der erste Kanal, den ich einschalte, ist Russland24. Sie sehen gerade Propaganda. Sie tun weiterhin das, was Sie vor dem Krieg getan haben. Sie sind, entschuldigen Sie den Ausdruck, ein Schwamm, in den Mann den Dreck schüttet. Und Sie fangen an, mir diese Propaganda zu erzählen. Warum fängst du an, mir zu sagen, dass ich ein Dummkopf bin? Im Moment kümmere ich mich mehr um meine persönlichen Angelegenheiten, als zu versuchen, die Politik zu verstehen und herauszufinden, was an der Front wirklich vor sich geht. Ich interessiere mich jetzt mehr für die Frage der Überstellung von leichentoter Soldaten, die sich jetzt auf dem Schlachtfeld befinden. Der Austausch der Leichen von toten russischen und ukrainischen Soldaten. Der Austausch Ihrer und unserer Soldaten, die sich in Gefangenschaft befinden, damit sie schnell zu ihrer Herrin zurückkehren. Das ist meine oberste Priorität. Sie können nichts dagegen tun. Kehren wir zur vorherigen Frage zurück. Sehen Sie. Ich möchte für mich selbst verstehen, spreche ich mit jemandem, der sich verändert hat, oder mit derselben Person, die Sie waren? Wenn Sie mir weiterhin die alten falschen Geschichten über russische Truppen erzählen, die zivile Städte beschießen, weil sie auf diese Weise Stützpunkte in zivilen Städten und das Militär in zivilen Städten beschießen. Worüber können wir dann mit Ihnen sprechen? In Bezug auf Kraftwerke. Gibt es jetzt viele Militärangehörige in den Kraftwerken? Nein. Es gibt nicht viel Militär in den Kraftwerken. Erhöhen Sie nun die Lautstärke am Fernseher. In den letzten Tagen wurden etwa 100 ukrainische Kämpfer mit der Diagnose Erfrierungen eingeliefert. Jefen Tischkowitz wird das Thema fortführen. Können Sie es hören? 100 Kämpfer der Streitkräfte der Ukraine mit Erfrierungen, 40% mussten amputiert werden. Es ist durch den eisernen Vorhang der Information gesickert. Und wie viel hat noch für die Ukraine eingefroren? Schalten Sie den Ton aus. Schalten Sie den Ton des Fernsehers aus. Haben Sie den Spaß daran erkannt? Haben Sie ein sehr interessantes Detail gesehen? Nein. Auf dem Bildschirm war kein Schnee zu sehen. Haben Sie die Wettervorhersage gesehen? Wie ist das Wetter jetzt draußen? Nein. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Dieses Geheimnis wird dir nicht gefallen. Ja. Jetzt sind es minus 2 Grad. Bei diesen Temperaturen und starkem Wind kann man sich schlimme Erfrierungen zuziehen. Warum versuchen Sie, Dinge zu erfinden, die es nicht geben kann? Glauben Sie wirklich, was Sie gerade im Fernsehen gehört haben? Wie haben Sie gesagt? Die Gliedmaßen von 40 Soldaten amputiert? 100 Menschen mit Erfrierungen, nicht mit Amputationen. Es ist alles eine Lüge. Das ist Unsinn. Draußen sind es minus 2 Grad Celsius. Bei minus 2 Grad kann einem Menschen nichts passieren. Nur wenn er völlig nackt nach draußen geht. Sind Sie ein Erwachsener oder nicht? Können Sie das glauben? Im Prinzip ja. Wenn man logisch darüber nachdenkt, ist es schwer, bei dieser Temperatur solche Erfrierungen zu bekommen. Aber bei minus 10 Grad in der freien Natur ist es durchaus möglich, solche Erfrierungen zu bekommen. Sagen Sie mir, würde ein Idiot mit nackten Gliedmaßen, ohne Schuhe und ohne Kleidung bei minus 10 Grad draußen stehen? Er müsste sich absichtlich Erfrierungen zuziehen wollen. Wenn man es logisch betrachtet, sieht es so aus. Fazit, was wird im Fernsehen erzählt? Um Ihnen etwas zu sagen. Ich weiß nicht, was. Warum haben Sie Angst, die wirkliche Situation zu benennen? Zu sagen, dass Erfrierungen nicht so kritisch sind? Es gibt verschiedene Grade von Erfrierungen. Ich kann es nicht erklären. Aber wenn eine Person einschläft, kann sie Erfrierungen bekommen. Peter, wir reden hier von 100 Menschen. 100 Menschen sind eingeschlafen? Sie wissen schon, dass das Unsinn ist. Im Prinzip hast du recht. Warum glauben? 100 Leute haben vergessen, sich für die Nacht zuzudecken. Und dann wurden der Hälfte die Beine amputiert? Weil ihnen im Schlaf nicht kalt war? Nein, es wurde niemand amputiert. Es waren nur Frostbeulen. In den Nachrichten hieß es, sie hätten Gliedmaßen amputiert. Ja, das stimmt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Okay, gehen wir zurück. An den Verhandlungstisch zu kommen, ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Die Mitglieder der Regierung würden sich einfach näher kommen und sich treffen. Sehen Sie, es gibt keinen Verhandlungstisch mit Terroristen. Sie sind der Vertreter eines terroristischen Landes, das kritische Infrastrukturen zerstört, Kraftwerke, Heizwerke und Wasserkraftwerke vernichtet. Dimitri, wie sehen Sie die Situation aus Ihrer Sicht? Wir werden euch besiegen und Russland wird kapitulieren. Dies geschieht gerade jetzt mit Erfolg. Betrachten wir die Situation aus einer geografischen Perspektive. Ich bin einmal buchstäblich an einem Tag mit dem Auto durch die ganze Ukraine gefahren. Nicht einmal an einem Tag, sondern in ein paar Stunden. Und Russland von St. Petersburg bis zum Baikalsee bin ich in einem halben Monat gefahren. Ich weiß nicht, wie Sie Russland aufschlüsseln. Wir brauchen Russlands Territorium nicht. Wir werden euch von innen heraus zerschlagen. Warum können Sie das nicht verstehen? Ihr werdet von innen heraus explodieren und es wird 50 Republiken statt Russland geben. BNR, MNR, LNR, LNR, Leningrader Volksrepublik. Das ist es, was auf kurze Sicht passieren wird. Dimitri, lass uns unseren Streit auf diese Weise lösen. Lass uns von der Geschichte urteilen, denn darüber zu streiten gilt als Sünde. Die einzige Tatsache, die ich für gewichtig halte, weil ich ein Mann mit drei Klassen kirchlicher Schulbildung bin, ist, dass wir die Situation in der Zukunft betrachten werden. Ich denke, das wäre die beste Lösung für uns beide. Mich interessiert eine Frage. Du bist in den Krieg gezogen. Was waren Ihre Ideen? Ich würde mir die Situation in der Ukraine wirklich gerne einmal von innen ansehen, von ihrer Seite aus. Na toll. Du hast gerade eine lustige Folge der Nachrichten gesehen. Stimmt das, was Sie in den Nachrichten gesehen haben, mit dem überein, was Sie in der Ukraine gesehen haben? Das ist nicht gerade ein Zufall. Einige sind für Russland, andere sind gegen Russland in diesen umstrittenen Gebieten. Die Sache ist die... Was sind die umstrittenen Gebiete? Es gibt keine umstrittenen Gebiete. Da ist das Gebiet der Ukraine. Da seid ihr, die ihr im 14. Jahr gekommen seid und die Ukraine angegriffen habt. Jesus. Wir sind 2014 nicht angegriffen worden. Sie haben 2014 angegriffen. Sie haben die Ukraine betreten. Im Jahr 2014 gab es keinen Sondereinsatz. Jetzt werde ich Ihnen sagen, wann es angekündigt wurde. Es wurde im Frühjahr 2022 angekündigt. Die Sonderaktion wurde am 24. Februar des 22. Jahres angekündigt. Vor elf Monaten. Und im 14. Jahr haben sie die Krim erobert und sind in die Regionen Donetsk und Luhansk eingedrungen. Die Eindringlinge trugen so abscheulichen Nachnamen wie Strelkov, Motorola, Pusheile. Soweit ich weiß, sind sie ja gebürtige Russen. Sie sind gebürtige Russen. Einheimische Russen. Einheimische Russen. Strelkov, alias Gürkin, ist ein FSB-Oberst. Ich hatte überhaupt kein Interesse an diesen Menschen. Weil es ihnen nicht gesagt wird. Weil es eine unbequeme Wahrheit ist. Man erzählt ihnen von hundert erfrorenen Soldaten bei minus zwei Grad im Freien. Weißt du, es gibt Neuigkeiten, denen ich keine Aufmerksamkeit schenke. Und es gibt Neuigkeiten, die mich wirklich verletzen. Es gibt eine Nachricht, die mich berührt hat. Die Nachricht über das Denkmal für Alexander Matroso, seinen Landsmann, haben sie vollständig abgerissen. Was kümmert es sie? Welche Art von Denkmälen wir abreißen und was wir zu Hause tun? Warum ist das für sie wichtig? In Russland gibt es Städte ohne Heizung. Müssen wir nicht darüber reden? Sie zeigen, wie hier in der Ukraine ein Denkmal abgerissen wurde. Was kümmern Sie sich um unsere Denkmäler? Ich spreche nicht darüber. Diese Nachricht hat mich wirklich süchtig gemacht. Was interessiert Sie an dem Denkmal? Ein Denkmal ist eine Erinnerung. Lassen Sie jemand anderen wegen der Zerstörung des Denkmals frei. Kommen wir noch einmal auf Ihre Erwartungen zurück. Sie wollten sich selbst davon überzeugen. Haben Sie die Nazis in der Ukraine gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Keiner der 500 Menschen, mit denen wir gesprochen haben, hat ihn gesehen. Haben Sie die Verletzung der russischen Sprache gesehen? Warum niemand? Es gab einen Mann, Pasha. Er ist ein Söldner. Wenn ich mich nicht irre, wurde mit ihm über einen Dolmetscher gesprochen. Na und? Es sind Freiwillige, die unter Vertrag auf der Seite der AFO kämpfen. In unserem Land ist das offiziell möglich. Sie können offiziell in den Kampf ziehen, einen Vertrag mit den Streitkräften unterzeichnen und ein Gehalt erhalten. Wagner Group ist die gleiche Sache. Das ist ganz und gar nicht dasselbe. Wagner Group, es sind Gefangene. Ich hoffe, Sie meinen das nicht ernst. Auf Wagner Group gibt es nicht nur Gefangene, sondern auch andere Menschen. Wagner Group. In Russland ist Söldnertum offiziell verboten. Laut Gesetz sollte dies nicht der Fall sein. Ihr Söldnertum wird durch das Strafgesetzbuch bestraft. Es ist völlig undenkbar, inhaftierte Mörder freizulassen und sie in ein anderes Land zu schicken. Wir haben eine andere Situation. Wir haben offiziell einen Wettbewerb und ein Verfahren. Jeder kann sich anmelden, alle Verfahren und Kontrollen durchlaufen und dann auf unserer Seite kämpfen. Können Sie den Unterschied spüren? Wir sprechen davon, dass Sie in die Ukraine gekommen sind, um zu überprüfen, ob die Realität mit dem übereinstimmt, was im Fernsehen gezeigt wird. Sie haben keine Nazis gesehen. Sie haben Menschen gesehen, die kein Russisch und Ukrainisch sprechen. Es gibt solche Leute, und wenn schon, wir haben es offiziell und legal. Was noch? Hier ist alles klar. Was hat Sie noch überrascht? Alle Soldaten, die ich dort gesehen habe, alle Militärs, sie kommen alle aus der Ukraine. Was ist also falsch daran? Sie alle sind Ideentäuger, die für ihr Heimatland kämpfen. Und was ist daran falsch? Das macht Sinn, ja. Was ist hier los? Jetzt geht es nur noch um die ukrainische Seite. Aber es gibt auch ukrainische Männer, die für die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk kämpfen. Ja, solche Ukrainer gibt es nicht. Sie wurden wie Vieh in den Krieg getrieben. Wir haben darüber gesprochen. Ich spreche auch von gebürtigen Ukrainern aus verschiedenen Regionen. Es waren Menschen aus Luhansk und Donetsk mit ihnen im Krieg. Wie sehr wollten sie kämpfen. Sie wurden auf der Straße gefangen genommen, bekamen Maschinengewehre und sollten für Russland in den Tod gehen. Soweit ich weiß, wurden sie zur Armee eingezogen. Und es gibt eine Wehrpflicht in der Armee. Wir haben die Mobilisierung, die gleiche Wehrpflicht. Ja, weiter geht's. Wir wollen nicht verschweigen, dass auch bei ihnen Mobilisierungen im Gange sind. Sie mobilisieren auch Leute an die Front. Nun, ja, das ist es. Was stimmt damit nicht? Auf unserem Territorium herrscht Krieg. Wir wurden angegriffen. Peter, spürst du den Unterschied zwischen der Mobilisierung zur Verteidigung und der Mobilisierung zum Angriff? Spüren sie einen Unterschied zwischen diesen Konzepten? Sie wurden mobilisiert und wegen Ideen zum Angriff geschickt, die sie nicht kennen. Du weißt nicht, was du getan hast. Nennen sie mir ein Argument dafür, dass ihre Fernsehsendungen wahre Begebenheiten sind. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Was genau gibt es zu sagen? Was hat sich von dem, was ihnen die Propaganda erzählt hat, bestätigt? Was haben sie gesehen, als sie in die Ukraine kamen? Ich sah zerstörte Städte. War es im Fernsehen? Wir haben jeden Tag eine Show. Ja. Wer hat es ruiniert? Wir haben ein zu ehrliches Land. Ich habe immer noch meine Zweifel. Ich werde nicht ein zweites Mal in die Ukraine reisen. Woran zweifeln sie? Was ist mit demjenigen, der die Städte zerstört hat? Ja. Sie zweifeln daran, wer Mariupol und Bakmut zerstört hat? Dmitri, ich möchte Ihnen sagen, dass der Krieg kein Gesicht hat. Niemand, weder du noch ich, wird die ganze Wahrheit erfahren. Viele Menschen werden die Wahrheit nicht kennen. Ich denke, etwa 90% der Menschen werden nicht wissen, wie es wirklich war. Warum reden Sie über etwas, das Sie nicht kennen? Nein, ich erzähle Ihnen nur, dass ich mit einem Mann gesprochen habe, der auch ein Kriegsgefangener war. Als wir im Bus ausgetauscht wurden. Er erzählte mir die folgende Geschichte. Darüber, wie ein Typ einen ukrainischen Soldaten genommen und buchstäblich gerettet hat und dann gefangen genommen wurde. Dieser Typ war Arzt. Eines Tages kam ein Mann mit einer Sturmhaube zu ihm in die Haftanstalt, sein Gesicht unsichtbar. Er bringt eine Tüte mit Süßigkeiten. Und der ukrainische Soldat sagt zu ihm, danke, mein Freund, weißt du. Das ist der Deal. Ehrlich gesagt, macht es für mich keinen Sinn, mich in die große Politik einzumischen. Und so alt bin ich auch nicht mehr. Ich bin dafür, dass es besser ist, Frieden zu haben, auch in dieser Art von Frieden, als zu streiten. Peter, wir werden nicht weiterkommen. Peter, kannst du mich hören? Björter, dieses Gespräch könnte noch 10 oder 20 Stunden weitergehen und wir würden nicht weiterkommen. Ich habe zwei einfache konkrete Fragen an Sie. Was haben Sie im Fernsehen in der Ukraine gesehen? Was wurde bestätigt? Dies ist die erste Frage. Und die zweite Frage? Lass uns zuerst gehen. Die zweite Frage werde ich gleich beantworten. Die erste Frage kann ich im Moment nicht beantworten. Ich kann sehen, dass ein Haus zerstört wurde und Zivilisten leiden. Ich helfe Ihnen bei der Beantwortung. Bis zum 24. existierte die Stadt Mariupol. Sie können zu unserem Kanal gehen. Haben Sie ihn abonniert? Auf der Plattform YouTube. Go können Sie sich das Video vom 20. Februar über Mariupol ansehen. Ich bin nicht auf YouTube, aber ich werde mir das Video auf YouTube ansehen. Werfen Sie einen Blick darauf. Es gibt ein Video von Wladimir Zelensky, der am 20. Februar durch das friedliche Mariupol spaziert. Die saubere, schöne Stadt Mariupol nicht zerbombt. Und am 24. Februar findet ein Ereignis statt. Und Sie zerstören diese Stadt. Ich glaube nicht, dass wir uns weiterentwickelt haben. Sie haben sich nicht verändert. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Vielleicht ist es ein Mangel an analytischem Verstand. Vielleicht ein Mangel an Wissen. Ja, ich bin nicht sehr klug. Vielleicht ein Mangel an Grundwissen. Ein Mangel an geschichtlichem Wissen. Ein Mangel an Informationen und die Anwesenheit ihres Fernsehers, in dem ihnen völliger Unsinn propagiert wird. Historisch gesehen ist die Ukraine seit 1917 offiziell eine Republik. Meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht irre. Als die Ukraine auftauchte, hatten sie historisch gesehen nichts. Kiew ist älter als Moskau. Wussten Sie das? Das ist richtig. Das ist alles. Es ist schwer, sich mit jemandem zu unterhalten, dem es an grundlegenden Informationen fehlt. Man glaubt, was man in den Nachrichten hört, und wenn es um triviale und logische Dinge geht, stimmt man zu. Ja, wenn man darüber nachdenkt, können bei minus 2 Grad 100 Menschen keine Erfrierungen bekommen. Sie werden getäuscht. Wie viele Menschen haben wie sie die Nachricht gehört, dass 100 ukrainische Soldaten Erfrierungen und Amputationen erlitten haben. Herr Brussland hat es gehört und geglaubt. Aber es waren nur minus 2 Grad. Bet hier. Tagsüber war es 0. So ist das Leben. Man muss hier logisch denken. Das ist die Temperatur in Kiew. Aber wir sprechen hier von einer anderen Region. Wenn man sich andere Regionen ansieht, liegt Chazon bei plus 5 oder plus 8. Ich kann Ihnen berichten, dass es in Luhansk keine solche Temperatur gibt. Luhansk liegt unterhalb von Kiew, im Süden. Dort ist es wärmer. Das Video zeigt sogar, dass es dort keinen Schnee gibt. Dort gibt es keinen Schnee. Ich sah durch die Handykamera, dass kein Schnee, sondern Gras zu sehen war. Man erzählt, dass viele Menschen Erfrierungen erlitten haben, und man glaubt es. Und als sie anfingen zu verstehen, begannen sie zu verstehen, dass dies nicht passiert. Dass es bei dieser Temperatur unmöglich ist, Erfrierungen zu bekommen. Es sei denn, du gehst absichtlich nackt raus und stehst im Wind. Um ehrlich zu sein, hatte ich bei minus 5 Grad Frostbeulen an den Zehen. Obwohl ich warm angezogen war, hatte ich Frostbeulen an den Zehen. Ich meine, ich war sehr warm angezogen, aber ich habe trotzdem Erfrierungen an den Fingern bekommen. Ich schlage vor, dieses Gespräch zu beenden. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich eine Zusammenfassung dieses Videos erstellen, um eine logische Schlussfolgerung zu ziehen. Na los! Ziehen wir eine Bilanz. Sie, Petir, sind in der Ukraine gewesen, um zu sehen, ob alles so ist, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Richtig, wie sich herausstellt, gibt es hier keine Nazis. Ist das richtig? Ja? Es stellte sich heraus, dass es auf unserer Seite Leute gibt, die weder Russisch noch Ukrainisch sprechen. Seldener, ja. Es handelt sich nicht um Söldner, sondern um Freiwillige. Freiwillige, ja. Verschiedene Konzepte. Freiwillige sind Menschen aus einem anderen Land, die freiwillig für eine der Konfliktparteien gekämpft haben. Ja, niemand hat sie gezwungen, im Gegensatz zu Wagner Group und ihren Söldnern. Sie haben gesehen, dass in der Ukraine ein ausgewachsener Krieg stattfindet. Gleichzeitig haben wir klar herausgefunden, dass unsere Städte bis zum 24. intakt waren. Und ab dem 24. Februar, als Russland kam, wurden sie aus irgendeinem Grund alle zu Ruinen. Richtig? Richtig. Dann wurden sie gefangen genommen, gefoltert und durften nicht essen. Es kam heraus, dass sie aus eigener Initiative beschlossen haben, der Ukraine Geld zu übergeben, um dem Sanitäter zu danken, der ihren Soldaten geholfen hat. Es ist nicht nötig, hier das Soziale mit dem Persönlichen zu vermischen, weil ich die Krankenschwester als Person mochte. Nein, Dimitri, ich werde diesen Konflikt vorerst nur beobachten. Sie tun mir als Mensch wirklich leid. Denn in ihrem Alter können sie nicht zwei und zwei zusammenzählen und eindeutige Antworten auf Ereignisse geben. Du tust mir wirklich leid. Vielleicht ist es ein Mangel an Wissen, vielleicht ein Mangel an Bildung. Es ist bequem für ihren Herrscher, Bürger zu haben, die nicht zwei und zwei zusammenzählen können und die glauben, was ihnen im Fernsehen erzählt wird. Das ist sehr praktisch. Für diese Leute ist es leicht zu sagen, geht sterben und sie gehen und sterben. Ich habe wirklich Mitleid mit ihnen. Für sie ist es jetzt zu spät. Sie werden das Rätsel nicht lösen können, 2022 STS-Jahr bis 2023. Und wer hat wen angegriffen? Ich habe alles gesagt. Ich dachte, es würde viel interessanter sein. Ich wollte sogar einen Ausschnitt aus dem letzten Interview machen, aber ich werde es nicht tun. Denn ich sehe daran keinen Sinn. Okay, dann auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Alles Gute für Sie. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020